Perfekt. Ähm, yo. Wir sind hier jetzt. Ähm, der will... Der... Ist alles okay bei dir? Ja, ist alles okay? Ähm, ja, der will hier diese Snapper jangen. Wenn der nichts macht, dann mach ich's halt. Wenn wir treffen würden... Ich glaub, das würde nichts mehr. Wir sind auch... Wir sind auch kein Jäger, ne? Das sind ja Magier. Äh, haben wir noch einen Zauber? Ne, nichts mehr, was ich ausgeben möchte. So, hallo. Was ist jetzt mit ihm hier? Ist er jetzt stuck? Weil die sind nicht mehr bewegt. Hallo. Du... Äh... Was? Ja, äh... Mhm. Das hat ja richtig gut funktioniert. Ähm... Okay, ich... Ähm... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kann man den... Ja, der... Ist irgendwie... Ich weiß nicht. Kein Blanc, was mit ihm loslässt. Ich glaub, der ist irgendwie stuck. Hä. So, jetzt, äh... Hier mithelfen. Tank! Tank! Ja... Sorry, sorry, sorry... Nein! 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 Du Spast, Alter! Mann! Jersey Park oder was? So ähnlich, ja, so ähnlich. Machen gleich auch eine Reise, ne? Zu einem komischen Wagen. So, neuer Versuch. Ich lock sie an. Der hat keinen Bock. Er schaut einfach nur mit seiner... Petten... Elotrix Nase. Ja, Digga, der... So, das war's mit dir, du Mistvieh. Sehr schön. Ich bin... Stolz auf die... Ja, jetzt! Und jetzt? Hey, du! Er warst es jetzt? Bruder, ich hab keinem lassen, was mit dem los ist, oder... Was der für Probleme hat, aber ich glaub, äh... So, warte mal. Schau mal, ich... Ist es hier... Pfad hinterm... Was weiß ich... Ist... Äh... Schwarzer Troll! Ähm... Ja... Da liegt noch was... Sonnenalue... Äh... Ich denke, dass wir den erstmal in Ruhe lassen sollten. Der sieht mir doch sehr... Ähm... Kräftig gebaut aus. Äh... Wir schauen einfach mal den anderen Weg. Wir müssen ja sowieso dieses komische Dings da finden. Wir lassen den hier einfach mal so stehen. Weil ich glaub, der hat ein Problem. Der gute... Der gute Herr. Ja... Wir gehen mal... Wir gehen mal... Hier... Entlang... Ich flieg' ein Obstmückchen rum, ich weiß nicht warum. Oder was die Mission von dem Obstmückchen hier ist. Ähm... So... Da ist ein Lurker, von dem müssen wir uns dann achten eben. So... Ich mein' das muss ja jetzt eigentlich der Weg hier sein. Weil einen anderen Weg gibt's ja nicht. Die Blutfliegen, die können wir eigentlich auch vergessen. Verzieht euch. Ich will euch jetzt nicht. Leute... Wir tun frei die ganzen Flieger schon noch umklatschen. Egal die Schnauze, wir tun die ganzen Flieger schon noch umklatschen. Aber im Moment sind wir halt äh... Zu schwach dafür. Also wenn's nur... Zwei davon sind, dann würde das funktionieren. Verzieht euch doch bitte. Ist halt scheiße. Ich weiß nicht, Joggen. Ja man. Ja, wenn's nur eine Person nämlich wäre... Dann... Wär das ein anderes Thema. Äh... Aber... Das sind halt mehrere. Ja gut, von den Lurker schaffen wir ja keine einzigen. So, jetzt hier. Heilpflanze. Heilkraut. Ich hätte gemeint, wir sollen den Zeichen Innos folgen. Ich mein' hier ist eine Innos-Statue. Das heißt, wir müssten ja eigentlich richtig sein. Aber wir speichern uns erstmal. So... Ist schon die Frage, wo wir jetzt äh... Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Aber der hat ja gemeint, dass hinter dem Pfad irgendwas... Äh... Äh... Ich höre hier aber noch keine Insekten. Weiß nicht. Äh... Äh... Da ist Feuer oder sowas an der Wand. Das gefällt mir nicht. Da sind Fleisch-Schwanzen. Komm her, Fleisch-Schwanze. Weiß ihr... Geil, Höhle. Geh mal Diamanten abbauen. Ja, Mann. Ich bin nicht... Das ist eigentlich gar nicht gossip. Das ist nur... Äh... Was ist das? Nein. Nein, nein. Mhh-mmm. Ein Mindcaller. OK... Ich hoffe, dass... Ist noch hinter uns her? mal speichern okay sind da auch mein caller hallo ähm what the fuck okay das sind zwei fette Statuen und da oben steht jemand ähm was ist das ist nur wie oh mein Gott okay okay wir sind okay wait ich glaube wir sind richtig hoffe ich zumindest du kommst zu spät ich war zuerst hier ich habe gewonnen du gratulierst du hast du halt die Klappe drohen du wenn du hier lebend rauskommst okay Chat was sollen wir wählen entweder gratulieren oder einfach halt die Klappe oder wir drohen ihm und sagen nur wenn du hier lebend rauskommst ihn erstmal beleidigen hat die Klappe es ist aussichtslos du hast verloren finde dich damit ab nur mir ist das bestimmt magier zu werden du hast gewonnen dir ist gar nichts bestimmt die Truhe gehört mir dir ist gar nichts bestimmt die Truhe gehört mir nein das kannst du nicht tun eher werde ich dich töten was okay 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 ist die los oh der hat mehr drauf okay easy easy ich smack dich durch die Ecke du kannst nix junge gleich meine freunde die rechte torwache und gerbrandt und herol herol schreit nämlich erstmal fett zusammen torwache die beleidigt dich dann und dann weinst du zack 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 der richtige japanische Kopf mit dem Katana das ist ein Holzstab ich weiß doch nicht wie der also warum da das Blut so so jetzt bist du tot zack weg ist er jawohl gib mir deine shit oder Kampfstab äh wie also äh so was ist hier ne Truhe ein Runenstein damit können wir eine Rune Leute we are fucking win ja das ist heftig ich würde mal sagen wir gehen jetzt zurück zum Klose und tun denen Bescheid geben yo äh wo ist mein shit ich bin nämlich jetzt gleich Magier ja und dann können die Leute nämlich gar nichts mehr dann können die nichts mehr jetzt mecken wir die weg alter äh jetzt müssen wir halt nur den Weg zurück finden das sind Riesenratten not so cool ähm wir rennen einfach mal vorbei wir sollten aber vielleicht auch noch speichern das wäre auch nicht schlecht wo geht es dahin ich weiß es nicht ach da geht es zu dem komischen Typ da ja der chillt er halt immer noch ne kein plan aus mir ich glaube der ist stuck oder so ich hoffe dass es dort zurück geht auf jeden Fall müssen wir zum Kloster und dann die scheiße abgeben weil ich glaube wir haben nämlich jetzt alles erledigt also die Prüfung des Feuers ähm ja sehr cool auf jeden Fall ähm ähm äh nein da sind wir nicht hergekommen falscher Weg einmal was ich glaube ich sollte mir echt mal eine Karte zulegen denn man verläuft sich ja sehr schnell wie man sehen kann alles früh geht zwischen einfach einfach idyllischer einfach schön so jetzt fallen wir runter und sterben ja natürlich so wirst du auch zurück jetzt schützt das Ding das weiß ich noch nicht so ganz da ist eine riesenratze da gehen wir später rein wir gehen sind selber ist zum Kloster oh nein nicht hier ich habe kaum mehr Leben du bist genau deswegen ihr Drecksvieche alter junge junge ach scheiße jetzt bin ich gerade voll auf den Hunde rauf und getrappt fuck erst mal die Nike also was sind es eigentlich von Nikes wo der Arm hat das ist jetzt die Frage sind glaube ich die neuen nein 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 ich habe sie neue Nike Air Jordans Dior Premium Louis Vuitton Supreme Gucci offrights Yamaha Suzuki Sushi Schuhe was was wir haben hier auch eine Keule ein Keule ein Keule kann man sich nicht teleportieren oder so das ist immer da ist wieder ja jetzt ein bisschen richtig da ist die Pyramide die Musik direkt ne sehr schön so er hat gut nein nicht ihr Jungs ich komme frei zurück alter wenn ich Feuer mal hier bin komme ich zurück ich slappe euch alle durch die Gegend nein die haben so eine Angriffsreichweite das ist abartig ist wie wenn ich hier keine Ahnung eine Schelle gebe oh huch jetzt bin ich auf einmal heller geworden wie kommt denn das krasser Shit das ist die wahre Magie das sieht aber hier ziemlich gut aus hier haben wir das können wir mitnehmen pflanzen sehr schön äh da unten ist ein fetter Blutfleck ähm da unten sind nochmal fette Blutflecken ok da schauen wir mal vorbei ich speich mal weil gerade hat sie unten geleckt sicherheit man weiß ja nie ne so ich würde mal sagen wir sehen uns in der nächsten Folge liebe Leute bis zum nächsten Mal wenn wir ins Klose zurückgehen und die Feuerprüfung abgeben tschüss